Das Prinzip von einem Pop-up-Store ist ja, dass man einen Monat, zwei Monate vielleicht Zeit hat, um ein Produkt zu zeigen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, einfach etwas anzufassen, auszuprobieren, besonders wenn man so neu ist wie wir. Was ich faszinierend finde an den Brillen von Archibald sind einfach die unglaubliche Detailtreue, die Qualität des Rahmens. Man kann an ihr spielen, an ihr biegen, man kann sie so hinbiegen, wie man will. Er hat trotzdem einen sehr, sehr stabilen Rahmen. Also ich habe jetzt Brillen gesehen, die länger als 15 Jahre in Benutzung waren und trotzdem noch sehr, sehr gut aussehen und einfach unvergleichbar die Qualität behalten, transportieren. Wir hatten uns die Aufgabe gestellt, innerhalb von drei Tagen das in den kompletten Store einzurichten, eine schöne Eröffnungsparty feiern zu können und damit einfach die Leute glücklich zu machen und auch die Qualität rüberzubringen. Seitdem Unseren Pop-Up-Store findet ihr in der Brunnenstraße 195 von 11 bis 19 Uhr, jeden Tag, außer Sonntags, könnt ihr kurz vorbeikommen, reinschauen, ausprobieren und euch selbst von der Qualität überzeugen. Bis zum nächsten Mal.